Mein Name ist Dirk Klapprott. Wir sind jetzt hier in Rittje-Rode auf der Anlage von Gerd Heise, wo ich selbstständig meinen Turnier- und Ausbildungsstall betreibe. Pferde sind meine Leidenschaft. Schon seit meinem vierten Lebensjahr habe ich auf meinem Shetland Pony angefangen zu reiten. Ohne Pferde könnte ich mir ein Leben überhaupt nicht vorstellen. Deswegen betreibe ich auch meinen Job mit Leidenschaft und Ehre. Ich habe jeden Tag Spaß mit meinen Pferden zu arbeiten, weil es einfach sehr abwechslungsreich ist. Mein größter Erfolg war Braunschweiger Löwen-Classics im letzten Jahr. Unfassbar für mich. Heute eigentlich noch oft, wenn ich darüber nachdenke. Jetzt muss der Letzte liegen bleiben und da gelingt Dirk Klapprott mit Wasko das schier unerwartete. Das muss ich Ihnen sagen. Schön ist natürlich, wenn die Familie dabei ist, wenn man alle zusammen hat. Frau, Kind, alle hinter einem stehen. Wenn man gemeinsam auf Turnieren ist, ist das natürlich besonders schön. Es gibt nichts Schlimmeres, wie seinem Sohn beim Reiten zuzugucken. Selber reiten ist nicht so aufregend.